Wir werden heute unter dieser Zugbrücke hier übernachten, hier auf diesem komischen Boden, wo vielleicht später Fahrradfahrer hier vorbei, also morgen früh vielleicht Fahrradfahrer hier vorbeifahren könnten und wir dann voll genervt hier rumliegen. Ich glaube, das machen wir, das wird richtig geil. Das ist eine richtig geile Idee. Habt ihr die Geräusche gehört? Hier fahren alle, keine Ahnung welchen Rhythmus, aber auf jeden Fall fährt hier ständig ein Zug durch, glaube ich. Richtig geil. Das wird richtig nervig die Nacht. Und guck mal, jetzt fährt noch ein Zug durch. Und genau, diese Zuggeräusche, die werden uns heute Nacht ganz oft nerven. Und darauf, dass uns das die ganze Zeit nerven tut, werden wir jetzt schlafen gehen. So, wir sind aufgewacht und wir wurden die ganze Nacht über von irgendwelchen Zügen genervt und dazwischenzeitlich wurden wir von Mäusen genervt. Die haben hier versucht, meine ganzen Sachen hier aufzufressen, die hier noch rumliegen. Und am Ende wurden wir von Menschen genervt, weil die hier vorbeigelaufen sind. Das hat richtig gestört. Das war voll bescheuert. Das war geil.